Ich kann mir auch vorstellen, dass du sehr viele Nachrichten bekommst und unter anderem auch ungewollte Nachrichten. Wie gehst du damit um? Ich schick das meinen Freunden und wir lachen uns kaputt. Zeigst du manchmal auch Leute an? Weil ich kann mir vorstellen, dass es manchmal unter der Gürtellinie ist. Voll ist es. Da könnte ich eine Milliarde Leute anzeigen, oh mein Gott, was ich für Nachrichten kriege. Das ist ja bei mir Alltag. Bei Onlyfines verstehe ich es noch, okay, wir sind auf einer Plattform, wo es darum geht. Da verstehe ich es aber nicht. Was willst du? Keiner findet es nice. Was willst du von mir?